Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr begeistert, was das große Interesse am Thema angeht im Bereich innere Sicherheit und Justiz in Bezug auf das Thema Umgang, Prävention, Intervention, Repression in Bezug auf Antisemitismus. Auch sehr froh, dass quasi das Interesse mittlerweile doch bundesweit vorhanden ist. Wir haben in Berlin das eine oder andere in diesem Bereich bereits umgesetzt, woran sich dann auch andere Länder im Nachgang orientiert haben. Das freut mich nicht nur, dass Berlin hier und da einen ersten Schritt macht, dem andere folgen, sondern natürlich vor allen Dingen in der Sache, dass hier Impulse gegeben werden können, die dann auch in andere Richtungen rückstrahlen, entsprechend weitergehen. Und andererseits natürlich auch sehr, sehr spannend, auch aus Berliner Perspektive zu schauen, was in anderen Ländern passiert, was wir vielleicht auch noch anders oder besser machen müssen, machen sollten. Zwei Dinge möchte ich in den Mittelpunkt stellen. Ich vermute, dass nicht alle den Grundgedanken des Landes Berlins, das Berliner Modell der Antisemitismusbekämpfung kennen. Deswegen würde ich dazu gerne einleitend ein paar Worte verlieren, um dann intensiver darauf zu kommen, auf das Handlungsfeld Justiz und innere Sicherheit, so heißt das bei uns im Land, in Bezug auf Antisemitismus. Das Berliner Modell der Antisemitismusbekämpfung ist eines, das als erstes Bundesland ein Landeskonzept entwickelt hat, basierend auf einem Beschluss des Abgeordnetenhauses aus dem Mai 2018, gegen jeden Antisemitismus jüdisches Leben in Berlin schützen. Auf Grundlage dessen hat der Senat im März 2019 ein Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention beschlossen, das insofern vielleicht auch erwähnenswert und wichtig ist, als es nicht einfach ein rein von Legislative inspirierter und exekutive umgesetzter Prozess gewesen ist, sondern intensiv unter Beteiligung der Zivilgesellschaft, der jüdischen Community, mit einem sehr, sehr umfangreichen Konsolidierungs- und Abstimmungsverfahren, was die Handlungsbedarfe und Notwendigkeiten angeht. Und auch das ist grundsätzlich ein Prinzip des Berliner Ansatzes. Also einerseits Möglichkeiten stärken und Kompetenzen staatlicherseits zu sehen und sie zu nutzen, aber andererseits auch zu sehen, wo sind die Grenzen, wo liegen die Kompetenzen viel stärker in der Zivilgesellschaft und wo muss man miteinander gemeinsam und Hand in Hand arbeiten und sich eben an den Fragen auch ergänzen, was Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen angeht. Die Grundlage staatlichen Handelns im Land Berlin, auch das Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention, ist die mittlerweile im Bundesgebiet auf vielen Ebenen, nicht nur staatlicherseits, sondern auch darüber hinaus weithin anerkannte und verankerte Arbeitsdefinitionen Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance. Auch das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade als Arbeitsdefinition völlig unverzichtbar und auch unbestreitbar, weil hier eben die Grundlagen gelegt sind, um gerade auch handlungspraktisch ein Instrumentarium in der Hand zu haben, Antisemitismus zu erkennen und zwar eben in seinen unterschiedlichen Facetten. Das Berliner Landeskonzept, das wie gesagt diese IRA-Arbeitsdefinition zugrunde liegt, basiert auf fünf Handlungsfeldern. Einerseits geht es um Bildung und Jugend, sowohl im frühkindlichen Bereich der Jugendarbeit, Schule und Erwachsenenbildung. Dann, und darauf komme ich gleich genauer zu sprechen, dem Bereich Justiz und innere Sicherheit. Als drittes den Bereich jüdisches Leben in der Berliner Stadtkultur. Als viertes den Bereich Wissenschaft und Forschung. Und als fünftes, wenn Sie so wollen, ein Querschnittshandlungsfeld Antidiskriminierung, Opferschutz und Prävention. Aber auch hier, glaube ich, sehr zentral, das explizit auch zu machen als ein Grundanliegen staatlichen Handelns. Die Grundprinzipien des Berliner Landeskonzepts bestehen eigentlich aus drei Säulen. Das können Sie ein Stück weit auch schon an den Handlungsfeldern erkennen, nämlich der Verbindung von Prävention, Intervention und Repression. Aus meiner Sicht ist es absolut unverzichtbar, diese Dinge miteinander zu verzahnen. Es gibt Bereiche, etwa im Bereich der Bildung, der schulischen oder auch der außerschulischen Bildung, wo wir sehr viel im präventiven Bereich oder auch im intervenierenden Bereich arbeiten. Aber es gibt gerade, wenn es zu antisemitischen Vorfällen oder auch Straftaten kommt, das völlig unerlässliche Instrument der Repression. Und man kann und darf diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen, sondern man muss sie als integral begreifen. Das ist auch das Verständnis des Berliner Landeskonzepts. Das basiert auf einer wissenschaftlichen Grundlage, also auch im Konsultationsprozess ist auch wissenschaftliche Expertise eingeflossen, versteht Antisemitismus hier auf dem Stand der Forschung letzten Endes als eine Verbindung aus Weltanschauung und Leidenschaft und versucht eben da auch zum Forschungsstand auch dann in die Landeskonzeption mit einfließen zu lassen. Wichtig vielleicht auch noch an der Stelle, es ist ein ressortübergreifendes Konzept, also das heißt, alle Senatsverwaltungen, die mit dem Thema tangiert sind, sind mehr oder weniger intensiv involviert. Es ist, das ist auch eine Berliner Spezifik, die vielleicht für alle, die nicht aus Berlin kommen, auch wichtig zu erwähnen ist. Es verbindet die Ebene des Senats und der Bezirke, also die Ebene der Landesregierung und der zwölf Berliner Bezirke. Berlin besteht ja aus im Prinzip zwölf Großstädten, die miteinander im Land Berlin zusammengefasst sind. Und auf der bezirklichen Ebene werden entsprechende Maßnahmen, insbesondere im präventiven und intervenierenden Bereich, entwickelt. Und als Grundverständnis geht es immer auch, nicht nur bei der Entwicklung des Konzepts, sondern auch bei der Weiterentwicklung, bei Identifizierung von Handlungsbedarfen, um eine enge Einbindung von jüdischen Gemeinden und der Zivilgesellschaft, jüdischen wie nicht jüdischen Zivilgesellschaft, also auch gerade der NGOs, die im Bereich der Antisemitismusprävention tätig sind. Ich werfe jetzt daraus den Fokus auf das Handlungsfeld Justiz und innere Sicherheit, also von den fünf Handlungsfeldern auf das, was uns hier und heute, was Sie im Besonderen im Rahmen der heutigen Veranstaltung interessiert. Zunächst mal, glaube ich, ist auch als ein Strukturelement, ich werde ein bisschen immer springen zwischen bestimmten strukturellen Dingen, die quasi entwickelt worden sind und konkreten Maßnahmen, die damit verbunden sind. Auf der strukturellen Ebene zunächst mal wichtig zu betonen, dass wir neben meinem Amt als Ansprechpartner des Landes zu Antisemitismus bei der Generalstaatsanwaltschaft und bei der Polizei Antisemitismusbeauftragte haben, auch als erstes Berlin diese Beauftragten initiiert hat und im Einzelnen werden Sie gleich noch ein paar Punkte dazu hören, was aus deren Tätigkeitsfeldern sich dann auch an ganz konkreten Umsetzungen letzten Endes ergibt, weil man kann natürlich immer sagen, ein Amt zu schaffen ist an sich schon mal gut. Das würde ich auch nie unterschätzen, weil ohne ein Amt ist ein Thema nicht ressortiert, könnte man politologisch sagen. Sie wissen ja auch vielleicht, dass das Thema Antisemitismusbekämpfung als staatliche Aufgabe noch gar nicht so lange in Deutschland existiert, seit fünf, sechs, sieben Jahren vielleicht, im Besonderen initiiert durch den zweiten Bericht des Expertinnenkreises Antisemitismus des Deutschen Bundestages und erst wenn ein Thema ressortiert ist, also das heißt, wenn es sozusagen in einer Ressortlogik staatlicherseits verankert ist, wird es auch zu einer unmittelbaren Handlungsnotwendigkeit, also die Aufgabe muss benannt sein, um sie dann auch als strukturelle Aufgabe zu begreifen. Das ist deswegen auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die diese Tätigkeit als Antisemitismusbeauftragte bei unserer Generalstaatsanwaltschaft und Polizei ausgeübt haben oder ausüben, auch das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass damit quasi auch in den Feldern zunächst mal identifiziert ist, es gibt den Handlungsbedarf und was das im Einzelnen bedeutet, zeigt sich dann an konkreten Umsetzungen. Wir haben bei beiden, bei Staatsanwaltschaft und bei Polizei, entsprechende Fachabteilungen, die für den Themenbereich insgesamt Hasskriminalität, so lautet der Oberbegriff, zuständig sind, aber mit spezifischen auch Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten im Rahmen der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden für den Bereich Antisemitismus. Auch das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Oftmals sagt man ja, Antisemitismus sei schon mit gemeint, aber ich vermute und befürchte immer wieder aus der Praxis, wenn man Antisemitismus verspiegelstrichlicht und mit meint, dann bringt man ihn zum Verschwinden. Und insofern ist auch das ein sehr zentraler Punkt, dass die Fachabteilungen bei Staatsanwaltschaft und Polizei ausdrücklich auch mit diesem Themenfeld betraut sind, was Ermittlungen und Strafverfolgung angeht. Wir haben darüber hinaus eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Projekten, die senatseitig gefördert werden. In dem Handlungsfeld Justiz und innere Sicherheit möchte ich vor allen Dingen drei an dieser Stelle hervorheben. Einerseits die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS Berlin, die, wie Sie wissen, ja auch den Impuls gegeben hat, nach und nach RIAS bundesweit und in vielen anderen Bundesländern zu entwickeln. Die Beratungsstelle OFEG, die sich vor allen Dingen auch um die Beratung von Betroffenen einerseits kümmert und andererseits aber auch Beratungsangebote zur Verfügung stellt, quasi in einem größeren Kontext, der auch über die individuelle Betroffenheit hinausgeht. Und drittens das Projekt REGI-Shoot, das die Aufgabe übernommen hat, im Bereich der Polizei, im Bereich von Fortbildung primär Sensibilisierung in Bezug auf Antisemitismus vorzunehmen. Ich komme darauf im Einzelnen gleich auch noch mal ein bisschen zurück. Grundsätzlich, damit erzähle ich Ihnen nichts Neues, gibt es, wenn man dieses System hat, also wenn eine zivilgesellschaftliche Stelle sich auch um das Monitoring von antisemitischen Vorfällen kümmert, gibt es dann drei unterschiedliche Dimensionen, wie Antisemitismus erfasst wird. Einerseits in unserem Fall im Land Berlin durch RIAS auf zivilgesellschaftlicher Ebene, wo Vorfälle erfasst werden, die auch teilweise unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen und damit eine wesentliche Sichtbarkeit, glaube ich, auch herstellen, dass quasi nicht alles, was antisemitisch und damit problematisch ist, auch strafrechtlich erfasst ist, aber trotzdem einerseits für die Diskussion über die Frage, auch inwiefern strafrechtliche Veränderungen sinnvoll sein können, extrem wichtig ist und andererseits eben auch einen letztlich auch wissenschaftlich fundierten Begriff von Antisemitismus zugrunde legt. Und das kennen Sie auch aus den Diskussionen der letzten Wochen und Monate um die Stadt Kassel, eben dass nicht alles, was antisemitisch, eindeutig und hochproblematisch ist, auch immer strafrechtlich sofort bewährt ist. Die zweite Dimension, die Fallerfassung durch die Polizei, erfasst Lebenssachverhalte, also konkrete Tatzusammenhänge, bei denen davon ausgegangen wird, dass die strafrechtliche Relevanz vorhanden ist. Und die Staatsanwaltschaft führt dann aus diesen Ermittlungen entsprechend Verfahren. Das kann sein, dass einzelne dieser Fälle zusammengefasst werden in Verfahren, dass sie nicht zusammengefasst werden, also sozusagen unterschiedliche Dimensionen. Das ist mir deshalb wichtig zu sagen, um einerseits herauszustellen, wie wichtig tatsächlich die Interaktion und Zusammenarbeit ist, aber andererseits auch, weil man in öffentlichen Debatten immer wieder das Phänomen vernimmt, zu sagen, naja, die Zahlen sind ja alle unterschiedlich. Also das, was die Zivilgesellschaft dokumentiert, das, was die Polizei dokumentiert und das, was die Staatsanwaltschaft dokumentiert, sind unterschiedliche Zahlen. Das kann nicht anders sein. Ja, also das ist mir an der Stelle wichtig herauszustellen, weil es eben unterschiedliche Erfassungssysteme sind, die eine ganz andere Datengrundlage haben und man könnte diese Werte niemals zur Deckungsgleichheit bringen. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch damit im Blick zu haben und im Blick zu behalten. Dass diese unterschiedlichen Erfassungssysteme existieren im Bereich von antisemitischen Vorfällen, Fällen und dann auch letzten Endes Verfahren, hat sehr unterschiedliche Dimensionen. Ich glaube, eines, da kann man auch die Rolle der Zivilgesellschaft, nicht nur von RIAS, sondern auch ganz besonders auch von OFFEC, nicht zu klein einschätzen. Es geht ja am Ende auch immer um Fragen von Vertrauen. Aus meiner Sicht ist völlig berechtigt, dass das Vertrauen in staatliche Institutionen aus der Zivilgesellschaft, im Allgemeinen, aber auch gerade aus einer jüdischen Zivilgesellschaft, immer wieder in Frage steht, mit guten Gründen in Frage steht. Und die Notwendigkeit besteht hier, glaube ich, staatlicherseits in einem permanenten Prozess, Vertrauen zu entwickeln, hoffentlich zu stärken und zu etablieren. Aber dass dieses Vertrauen durch antisemitische Vorfälle, auch durch Nichthandeln oder Mangelhandeln von Strafverfolgungsbehörden, wenn wir etwa auch an den antisemitischen Terroranschlag von Halle in diesem Zusammenhang nochmal denken, dass das immer wieder auch erschüttert ist. Oder ein anderes Beispiel, Sie erinnern sich auch, bei der jüdischen Gemeinde in Hannover war ein Polizeibeamter für den Schutz der jüdischen Gemeinde verantwortlich, der selbst dann im Bereich von verschwörungsideologischen Versammlungen aufgetreten ist und in dieses Reichsbürgermilieu letzten Endes einzuordnen gewesen ist, mittlerweile vom Dienst suspendiert. Aber auch das sind natürlich Dinge, die quasi insgesamt eine zentrale Rolle spielen und die dann auch quasi zeigen, dass das Vertrauen in Frage steht in staatliche Stellen, hat seine guten Gründe und seine Berechtigung und nicht zuletzt eben auch die NS-Geschichte, bei der es ja gerade staatliche Stellen wie Polizei und Justiz waren, die maßgeblich an der Verfolgung und auch an der Ermordung von Jüdinnen und Juden beteiligt gewesen sind. Die Verknüpfung dieser Daten, Lagen im Bereich innere Sicherheit und Justiz hat aber auch das Ziel, ein Dunkelfeld zu erhellen. Also das heißt, wir wissen über einen Teil von antisemitischen Vorfällen und Straftaten, aber eben nur über einen Bruchteil. Eine Studie auf europäischer Ebene hat gezeigt, dass etwa 80 Prozent von antisemitischen Vorfällen im Dunkelfeld verbleiben, weil sie nicht bekannt werden, weil sie nicht angezeigt werden, weil sie nicht gemeldet werden, aus Mangel an Vertrauen in die staatlichen Behörden und so weiter. Und insofern geht es hier auch ganz besonders darum, gerade auch durch die Stärkung der Zivilgesellschaft, die senatseitig hier auch mit Förderung unterstützt wird, an dieser Dunkelfelderhellung zu arbeiten und damit letzten Endes ein größeres Hellfeld, wie man kriminologisch vielleicht sagen könnte, zu schaffen und damit aber auch ganz banal zu sagen, mehr Taten müssen der Strafverfolgung auch letztlich zugeführt werden. Insofern geht es auch bei dieser Verknüpfung eine Optimierung der Strafverfolgung im Zusammenhang mit antisemitischen Straftaten, die eben auch zentral ist. Sie wissen auch, auf Bundesebene hat es eine Veränderung im Strafgesetzbuch gegeben. Antisemitische Motive gelten mittlerweile als strafschärfend. Das heißt, bei einer antisemitischen Straftat wird das Motiv bei der Bemessung einer entsprechenden Bestrafung mit berücksichtigt und kann dadurch erhöht werden. Und ich glaube, auch das ist so zentral, weil wenn wir uns vorstellen, antisemitische Straftaten, seien es Körperverletzungen, seien es Propagandadelikte, die würde es alle ohne den Antisemitismus überhaupt nicht geben. Also das heißt, es ist auch sehr, sehr zentral zu sehen, dass das das Motiv ist und dass sozusagen jeder einzelne dieser Straftaten ohne Antisemitismus inexistent wäre und dass man deswegen den Fokus auch gerade in der Strafverfolgung auf das Motiv zentral legen müssen. Und zu guter Letzt dient natürlich auch die Verknüpfung der unterschiedlichen Datenansätze, der unterschiedlichen Erkenntnispotenziale, der Wahrnehmung von Entwicklungstendenzen im Feld antisemitischer Vorfälle, auch solcher unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, um daraus auch wieder bestimmte Erkenntnisse zur Präventionsarbeit abzuleiten. Einerseits in Bezug auf Berlin haben wir bestimmte Ballungsräume, lokale Ballungsräume, in denen ein hohes Maß an Vorfällen zu verzeichnen ist. Andererseits auch immer wieder Anlässe, die zu antisemitischen Vorfällen führen. Etwa in jüngerer Vergangenheit immer auch wieder anti-israelische Versammlungen und Kundgebungen, wie Sie wissen, sind einige dieser Versammlungen ja auch in diesem Jahr von der Berliner Versammlungsbehörde verboten worden. Und die Verbote sind auch durch beide Instanzen gerichtlich bestätigt worden. Eine andere Dimension, an der Sie vielleicht auch sehen können, dass es nicht nur proklamatorisch, sondern wichtig ist, dass es die Zusammenarbeit von jüdischen Gemeinden, Zivilgesellschaften und Sicherheitsbehörden gibt, ist ein Format, das bei uns die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport entwickelt hat, den runden Tisch gegen antisemitische Gewalt, ein regelmäßig tagendes Gremium, eben unter Beteiligung der genannten Institutionen, bei dem es immer wieder auf eine Frage, ganz konkret in Bezug auf das Gewaltphänomen, einen wechselseitigen Austausch, aber eben auch die Frage weiterer Entwicklungen in Bezug auf Prävention, aber auch durchaus auf gesetzliche Fragen hin abzielt. Wenn wir nochmal auf die Generalstaatsanwaltschaft im Land Berlin schauen, dann ist, glaube ich, sind zwei Elemente auch aus meiner Sicht nochmal besonders wichtig, nämlich, dass unsere Generalstaatsanwaltschaft bei antisemitischen Straftaten grundsätzlich das öffentliche Interesse betont. Also das heißt, sobald es zu antisemitischen Straftaten kommt, wird auch die Strafverfolgung eingeleitet, unabhängig von der Frage, ob das jetzt quasi auf einem privatrechtlichen Weg auch verfolgt würde. Und auf der anderen Seite dieses Konzept des kleinen Zeuginnen- und Zeugenschutzes, das heißt, wenn man selbst von einem antisemitischen Vorfall betroffen ist, gibt es nicht nur bei Antisemitismus, auch bei anderen Phänomenen ja natürlich das Risiko, wenn man eine Strafanzeige stellt, es zu einem Strafverfahren kommt, dass die Gegenseite dann über Anwälte auch Akteneinsicht erlangen kann. Das ist durchaus ein nicht zu unterschätzendes Risiko in Bezug auf private Daten, Meldeadressen und Ähnliches. Und dieses Konzept des kleinen Zeugenschutzes besagt eben, dass hier auch die Möglichkeit besteht, als ladungsfähige Anschrift beispielsweise eine Organisation, Institution oder Ähnliches zu benennen und insofern seine Privatadresse aus den Ermittlungsakten heraushalten zu lassen. Ganz, ganz wesentlich auch in der Zusammenarbeit sowohl mit der Zivilgesellschaft, aber im Besonderen auch meiner beiden Amtskolleginnen und Kollegen, den Beauftragten bei Generalstaatsanwaltschaft und Polizei, ist, glaube ich, im vergangenen Jahr der Leitfaden zur Erfassung antisemitischer Straftaten, den die Generalstaatsanwaltschaft und die Polizei vorgelegt haben. Der ist deshalb so wichtig, weil wir haben etwa 26.000 Polizeibeamtinnen und Beamte im Land Berlin. So sehr man immer hoffen kann, dass es quasi eine entsprechende Wahrnehmung gibt, so sehr ist es auch wichtig, das institutionell umzusetzen. Dieser Leitfaden zur Erfassung antisemitischer Straftaten liegt hierfür die Grundlage, sensibilisiert Polizei handeln und da machen wir uns auch nichts vor, bei 26.000 Beamtinnen und Beamten dauert das auch seine Zeit, aber vom Prinzip her ist damit eine Grundlage gelegt und wenn quasi dann auch die nicht eingehalten wird in der Ermittlungsarbeit, damit auch eine entsprechende Möglichkeit der Intervention wieder auch intern polizeilicherseits möglich. Das zielt auch auf die Sensibilisierung der einzelnen Abschnitte, in anderen Bundesländern würde man das wahrscheinlich Polizeirevier oder so ähnlich nennen, also der einzelnen Bereiche, in denen die Polizei dann tatsächlich auch vor Ort präsent ist. Und wir sind auch soweit inzwischen, das freut mich auch sehr, wir haben in drei Berliner Bezirken, also Sie erinnern sich, wir haben zwölf Bezirke, jeder Bezirk ist quasi eine Großstadt, und in drei dieser Bezirken auch mittlerweile bezirkliche Antisemitismusbeauftragte und in einem dieser Bezirke in Lichtenberg, mein dortiger Kollege dabei, eine Präventionspartnerschaft zwischen Bezirk und Polizei in Bezug auf das Thema Antisemitismus zu entwickeln, also ganz konkret die Polizeiabschnitte, die Polizeidirektionen, die dort ihren Sitz haben, dann auch quasi in Bezug auf dieses Thema angelehnt an dem Leitfaden zur Erfassung antisemitischer Straftaten weiter zu sensibilisieren. Und das ist für mich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, das zeigt, wie Senat, also Land und Bezirk zusammenwirken können. Dass bestimmte Strukturelemente geschaffen werden und auf bezirklicher Ebene sie quasi dementsprechend weiter fortgesetzt werden, weil das Ziel muss natürlich sein, dass am Ende das die Grundlage sämtlichen Polizeihandelns und Handelns der Strafverfolgungsbehörden in Berlin ist. Das wird auch noch ergänzt durch eine ganze Reihe von Schulungen für die Polizei. Ich hatte das Projekt RIGI-Schut schon erwähnt, auch landesseitig gefördert, dass in den zentralen Ausbildungsstätten der Polizei die Schulungen in Bezug auf Antisemitismus übernommen hat, in der Polizeiakademie, in der Hochschule für Wirtschaft und Recht und auch beim zentralen Objektschutz für alle Nicht-Berlinerinnen und Berliner. Das ist der Bereich, der quasi im Besonderen für den stationären oder auch den temporären Schutz jüdischer Einrichtungen, also nicht nur jüdischer Einrichtungen, aber auch jüdischer Einrichtungen, zuständig ist und in diesem Bereich quasi Schulungen entsprechend anbietet, die auch, das ist zumindest bisher auch mein Rücklauf, aus allen Richtungen, sowohl vom Projekt wie auch von der Polizei, sehr, sehr positiv aufgenommen werden und dann auch quasi genau das, was wir wollen, nämlich die Grundlagen des Handelns gegen Antisemitismus an den Stellen der inneren Sicherheit und der Justiz präsent zu machen, wo sie dann im täglichen Umgang angewendet werden. Wir haben auch inzwischen seit 2021, da geht der Dank insbesondere an die mittlerweile nicht mehr amtierende Antisemitismusbeauftragte der Generalstaatsanwaltschaft, Claudia Manoni, die ein Format etabliert hat, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in der Justizakademie in Königswusterhausen mit dem Thema weiter zu befassen, vorzubilden. Es ist ein jährliches Format, das inzwischen zweimal gelaufen ist und auch da, die Kolleginnen und Kollegen aus der Zivilgesellschaft mögen es mir nachsehen, wenn ich es nicht immer erwähne, aber auch da quasi selbstverständlich unter Beteiligung der Zivilgesellschaft und mit der entsprechenden Kompetenz. Wir haben auch im vergangenen Jahr versucht, eine Kampagne zur Erhellung des Dunkelfeldes bei antisemitischen Straftaten in die Wege zu leiten. Das haben wir nicht nur versucht, das ist auch umgesetzt worden durch die Senatsinnenverwaltung, also quasi dann auf entsprechend großflächigen Plakaten im Berliner Fenster, in der U-Bahn und an ähnlichen Stellen Menschen, die Zeuginnen und Zeugen von antisemitischen Straftaten werden, dazu zu motivieren, diese auch zu melden und zur Anzeige zu bringen. Aller Wahrscheinlichkeit wird diese Dunkelfeld-Kampagne auch im kommenden Jahr nochmal in etwas angepasster und erweiterter Weise fortgesetzt werden. Hier ganz klar die Zielgruppe derjenigen, die eigentlich nicht in erster Linie die Betroffenen sind, sondern diejenigen, die die Betroffenen nicht unterstützen, sei es durch aktives Handeln oder eben auch dadurch Polizei zu rufen, Dinge zur Anzeige zu bringen und so weiter. Was wir ebenfalls im vergangenen Jahr begonnen haben, ist die Mitarbeitenden der Berliner Verwaltung systematisch Schulungsangebote zu machen über die Verwaltungsakademie. Das ist der Bereich, in dem die Verwaltungsausbildung im Land Berlin läuft. Da gibt es durchaus immer wieder auch Schnittmengen und Querschnitte, die auch in die Richtung innere Sicherheit und Justiz hineinragen und insofern vielleicht auch erwähnenswert in diesem Zusammenhang. Ich gucke mal gerade kurz auf die Uhr. Ich glaube, ich bin noch unterhalb der Ermahnungsgrenze, aber auch gleich am Ende mit den einleitenden Punkten. Auch im vergangenen Jahr im Rahmen des Jubiläumsjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland hat die Berliner Polizei eine Ausstellung zu jüdischem Leben und Polizei initiiert, die auch an unterschiedlichen Standorten der Polizei, des LKAs, zunächst an der Polizei und auch der Ausbildungsstätten gezeigt wird und gezeigt worden ist, die relativ niedrigschwellig am Alltag der Polizistinnen und Polizisten anknüpft. Viel historische Dimensionen auch in Bezug auf Nationalsozialismus und auch gerade auf unterschiedliche Möglichkeiten des Handelns an Beispielen von Polizei und gewissen Spielräumen, die es ja durchaus gegeben hat. Sie wissen, dass die Synagoge in Oranienburger Straße ja auch zunächst mal auch von der Polizei vor Angriffen geschützt worden ist, vor Nazi-Angriffen und das sozusagen in Beziehung zu setzen mit aktiven Begegnungsprogrammen, die von der Polizei sowohl in Bezug auf Gedenkorte in Gang gesetzt worden sind oder weiter betrieben werden und da quasi auch die Bemühung ist, jüdisches Leben innerhalb der Polizei zu stärken. Und zu guter Letzt, und damit komme ich auch zum Ende, was, glaube ich, auch eine wichtige Grundlage ist, die auch, wie an vielen Stellen, nicht nur als erstes, sondern an dieser Stelle, wenn ich mich nicht täusche, auch als einziges vom Land Berlin bisher initiiert worden ist, ist ein Landes-Antidiskriminierungsgesetz, dass gerade auch staatliche Stellen, wenn sie Diskriminierung ausüben, oder dass eine Rechtsgrundlage geschaffen hat, staatliche Stellen, wenn sie Diskriminierung ausüben, dann auch zum Gegenstand einer gesetzlichen Auseinandersetzung zu machen. Auch da ist mir, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu betonen, dass dieses Landes-Antidiskriminierungsgesetz das allererste Gesetz in der Bundesrepublik in einem Land gewesen ist, in dem das Thema antisemitischer Diskriminierung ausdrücklich benannt worden ist. Im Übrigen auch hier unter Hinzuziehung der Expertise des Expertinnenkreises Antisemitismus, der auch im Rahmen unseres Landeskonzepts zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention etabliert worden ist, wo auch wieder viele Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft mit dabei sind und der da quasi mit einbezogen gewesen ist. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, das ist sozusagen ein Mini-Blick. Shelley Kupferberg hat es gerade gesagt, ich mache das, was ich hier als Amt ausübe, jetzt seit gut zweieinhalb Jahren. Und in dem Zeitraum ist es auch in Berlin gelungen, das Thema Antisemitismus nicht nur im Landes-Antidiskriminierungsgesetz ausdrücklich zu verankern, sondern auch in drei weiteren Landesgesetzen. Das ist bisher auch noch einmalig. Ich hoffe auf alle anderen Bundesländer, dass sie auch hier dem Berliner Modell folgen mögen. Ich hoffe natürlich auch, dass es nicht bei vier Landesgesetzen in Berlin bleibt, die das Thema ausdrücklich ansprechen. Das wird die Zukunft zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Aber darunter sind dann auch wieder andere Bereiche. Und damit schließe ich die Klammer zu meinem Eingang, den unterschiedlichen Handlungsfeldern des Landeskonzepts zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention. Landesantidiskriminierungsgesetz ist natürlich im Zentrum dieses Themas, Justiz und innere Sicherheit. Aber wir haben es beispielsweise auch im Rahmen der Änderung des Berliner Hochschulrechts mittlerweile geschafft, dass da auch das Thema Antisemitismus und Auseinandersetzung mit Antisemitismus ausdrücklich Aufgabe der Hochschulen und Universitäten im Land Berlin werden muss und auch jüdisches Leben entsprechend zu stärken, was auch dann wieder auf Diskriminierungsebene ganz praktische Konsequenzen hat. Etwa wenn Sie daran denken, dass in manchen Fächern an jüdischen Feiertagen Pflichtprüfungen angestrengt werden, angesetzt werden, dass das Probleme verursacht und dass das sozusagen an der Stelle jetzt auf der gesetzlichen Ebene da auch eine ganz klare Reglementierung gibt, die im Falle eines solchen Falles dann auch die Möglichkeit gibt, da Hochschulen und Universitäten in entsprechende Haftung zu nehmen und Alternativen zu schaffen. Damit schließt sich die Klammer zum Landeskonzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention. Wie gesagt, der Bereich Justiz und innere Sicherheit ist ein Baustein in diesem Zusammenhang, ein meines Erachtens sehr, sehr elementarer und zentraler. Dass Sie das auch so sehen, zeigt Ihr großes Interesse an der heutigen Veranstaltung. Bis hierhin danke ich Ihnen für das Interesse an dem, was ich dazu zu sagen habe und an Berliner Perspektive beizusteuern habe und hoffe, dass es hier und da die eine oder andere Inspiration gibt, das Thema auch in anderen Bereichen weiter zu verfolgen oder auch andererseits natürlich auch Anregungen in Richtung des Landes Berlin zu geben, wenn es da auch noch andere Erfahrungen und Möglichkeiten gibt, wie man das Thema weiter stärken kann. Dankeschön.